Die Bundesrepublik der DDR hat übergestellt worden. Wie man das einschätzen mag, ist eine andere Sache. Auf jeden Fall können sich auch diesen Prozess des politischen Umbaus diese Länder alle nicht leisten. Sie müssen aus eigenem Potenzial, mit den eigenen Arbeitskräften, mit den eigenen Eliten, die zum Teil vorher eine ganz andere Politik betrieben haben, die Neustrukturierung der Wirtschaft, den Umbau der Gesellschaft aus eigener Kraft schaffen. Auch das ist einzigartig und von daher nimmt sich das deutsche Beispiel von diesen Beispielen sehr deutlich an. Und schließlich drittens, niemand kann sich weltweit, außer in Deutschland, auf die Rippen von Außenstützen, es mag in Polen Chicago Boys gegeben haben, die den damaligen Ministerpräsidenten Vorschläge gemacht haben zum Umbau der Wirtschaft. Aber dann sind die wieder weg. Während, ich brauche nur an mich denken, ein riesenhafter Humankapitaltransfer auf allen Ebenen von Westen...